hallo freunde hallo rennwelt willkommen zurück zu meinem kanal mit einer weiteren mod vorstellung bmw dtm 92 diesmal in einem grün blauen michelin design gefahren von christian dann an ich wünsche euch viel spaß mit dieser vorstellung und würde mich freuen wenn ihr ein like da lassen würdet oder ein abo wie auch immer wenn es euch gefällt gar keine frage ansonsten sage ich bis zur nächsten mod vorstellung bis dahin ciao so 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 so